Die zweite Kategorie sind alle Verben, deren Stamm auf S, auf SZ, auf Doppel-S und auf Z endet. In der zweiten Person Singular fügen wir nur ein T hinzu, um die korrekte Aussprache und Orthographie beizubehalten. Richtig Beispiele sind hier Reisen, Heißen, Hassen und Tanzen. Schauen wir uns diese einmal an. Das Verb Reisen. Ich reise, du reist. Er, sie, es reist. Wir reisen, ihr reist. Sie reisen. Wohin reist du gern? Schreibe deine Antwort später in die Kommentare. Schreibe deine Antwort. Schreibe deine Antwort. Schreibe deine Antwort. Vielen Dank.